. . . . . . Hallo. Hi, Robert. Robert? Ja. Hi. Wie geht's dir? Genauso wie dir. Ich bin deinem ganzen Körper gezittert. Wie du hören kannst. Guten Tag. Oh mein Gott, du gehst gut. Danke. Er hat meine Nervosität gespürt. Ich hab im ganzen Körper gezittert. Er meinte, mach dir keine Sorgen. Ich bin da. Mach keinen Stress. Mir ging das ganz langsam an. Wir werden das schaffen. Wir werden das zusammen hinkriegen. Tief durchatmen. Und das hat mir dann auch noch mal so ein bisschen die Angst oder die Aufregung genommen. Hi. Hi. Oh mein Gott. Ich bin da. Oh mein Gott. Hallo. Ich hab mein Papa. Marina? Prima. Nein. Ich verstehe. Oh Gott. Ich verstehe.